Erster Zweikampf von Castro gegen den jungen 17-Jährigen, Traumstart, unfassbar! Keine 58 Meter! Castro ist nicht schnell genug bei diesem talentierten 17-Jährigen, der den Ball hineinbringt, Zegnini. Und zwischen Hummels und Ginter komplett blank, frei, völlig frei. Nach wenigen Sekunden, Samuelsen, es sind 13 Sekunden, Dortmund hat mal einen ähnlichen Fehlstart in Leverkusen. Ich kann daran erinnern, dass das schon wieder so losgeht. Aber mein Gott, er ist jetzt nicht an diesem Gegenteil schuld. Schon Ergott, Zanob, Castro, der Zegnini da laufen lässt, kann Dortmund sofort antworten. Schöne Bewegung von Gagawa, gar irgendeinem zweitklassigen Verein aus Norwegen. Und Borussia Dortmund, die das schon irgendwie machen. Hier ist was los in der Skagerak-Arena. Klasse Abschluss und super zuvor. Oh, schon Hummels weggecheckt, aber das war fair. Lokwelle, Riesenschuss, 2-0! Und dann hat er natürlich auch die Option, links rauszuspielen, entscheidet sich aber richtig. Castro muss auch spekulieren, dass der Ball nach außen kommt. Zu einfach weggeschenkt. Wer hätte das nach dem Bundesliga-Auftakt gedacht? Der Ballschuss! Das kann nicht wahr sein! Den muss erhalten! Espen Rüth an Weidenfeller, der gute Sicht hat. Ein Mann-Mauer, der Ball dreht. Klar, das sind andere Bälle, schwerere Bälle. Scheint die Richtung nochmal zu ändern. Weidenfeller völlig überrascht, aber müssen wir überhaupt nicht überdiskutieren. Schlauer Trainer. Vigitalian, gute Schussposition! Pech für den BVB! Bertino Miranda erkannt hat nochmal. Goppeltes Pech, einmal der Postenschuss und dann das... Unterwechsel. Kampel. Gündogan! Patzer! Das ist das Tor! Das ist das Tor für Borussia Dortmund durch Oberjangen. Da ist der Fehler des jungen Torhüters vergeben wahr. Kampel zögert kurz. Und dann der Lohn dafür, dass er es mal versucht hat. Kein Abseits von Oberjangen, der nicht im Abseits steht. Und dann ist er einfach zu unsicher. Der junge Torhüter, mehrfach im Video auch von den BVB-Scouts gesehen, dass der nicht jeden Ball festhält. Ganz wichtig, dass Oberjangen sofort nachsetzt. Richtig steht. Vierter im Abseits. Noch ein Foul. Treffer zählt. Jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus. Das Auswärtstor ist da. Nur noch 1 zu 3. Hummels, super Pass in den Raum. Schmelzer sehr aktiv nach wie vor auf der Seite. Kopfballchance fast für Oberjangen. Und Gagama! Perfekter Start. Diesmal für den BVB. Super genommen als Aufsitzer. Nicht zu halten. Schnell geschaltet. Und völlig verdient. Nikita, ja. Gündogan. Gündogan! Exzellent. Bis auf den Abschluss. Jetzt haben sie schon noch einige Torschancen da liegen lassen. Perfekte Schussposition. Gündogan beidfüßig. Es ist... obame yang nächster versuch weil dem klasse torhüter sage ich einfach mal auch vielleicht am tor vorbei lenken kann fehlt ihm auch möglicherweise der ein oder andere zentimeter körpergröße dennoch komplement klasse parade vater ist sein torwarttrainer war früher dass sie wieder schön das anspiel fast durchgekommen für obame yang noch die nächste chance und obame yang verstolpert ist ausgehoppelt aber sind das jetzt tormöglichkeiten wir warten was der bvb hier noch zu bieten hat mit marcel schmelzer und das ist der ausgleich noch mal toller antritt dann in den rücken der nach vorne richtung tor laufenden abwehrspieler und dann durch die beine von sondre rossbach und damit würde ja schon 0 zu 0 im rückspiel einer woche und wieder schmelzer super gespielt direkt und kommen sie zu chancen das hat in der ersten hälfte gerade über rechts gefehlt schmelzer macht das einmal weigel gar aber das geht alles zu schnell und da ist das 4 zu 3 er trifft schon wieder henrik sieben tore erzielt haben viermal aluminium aber diese bewegungen sind jetzt zu stellen und sie können nicht mehr jede bewegung mitmachen und auch nicht mehr jeden meter mitgehen jeder ist einen schritt hinten dran auch in der mitte thomas gröger hat kann einfach nicht mehr folgen kaga war mit einer brillanten vorlage für mich italian ramos dazu als eine anspielstation bindet ein zwei gegenspiele das macht wiederum platz das schafft platz für die anderen